Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 865 mit dem Thema Genderwirrbar. ZDF bezeichnet bärtige Taliban als Islamistinnen. Ein Artikel vom 20. August 2021. Mit einem publizierten Afghanistan-Beitrag auf Instagram sorgt das ZDF für Aufregung. Darin wurde peinlichst genau auf eine gendergerechte Sprache geachtet, auch bei den frauenfeindlichen Taliban. Das ZDF veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem im Vordergrund ein bewaffneter, bärtiger Taliban-Kämpfer zu sehen ist. Im eingeblendeten Text zum Video hieß es, die Islamistinnen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein. Der Genderstern löste daraufhin hämische Kommentare aus. ZDF gendert sogar, wenn es von frauenfeindlichen Taliban berichtet, schrieb die Bild-Zeitung am Mittwoch. Auch Twitter-Nutzer äußerten sich spöttisch auf den Versuch eines gendergerechten Sprachgebrauchs in Bezug auf die radikal-islamistischen Taliban. Die Ironie des Gendersterns Nach dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan haben die Taliban die Hauptstadt Kabul erobert und damit die Macht im ganzen Land übernommen. Große Besorgnis weckt in der internationalen Gemeinschaft vor allem die Situation der Frauen im Land. So beschrieb die Bild die Taliban als jene ultraradikale islamistische Bewegung, die Frauen zutiefst verachtet, sie unter die Burka zwingt und für kleinste Vergehen gegen ihre perversen Vorschriften mit brutalsten Methoden bis hin zu Steinigung bestraft. Es sei bislang nicht bekannt, dass Frauen an der Seite der Islamisten mitkämpfen. Während der Genderstern die Gleichstellung aller Menschen zum Ausdruck bringen wolle, lenke dessen Gebrauch in diesem Fall von der eigentlichen Thematik ab. Diese Meinung teilten Twitter-Nutzer. Nachdem das ZDF von Spott und Häme buchstäblich überschwemmt wurde, war das Video am Mittwochnachmittag schließlich nicht mehr abrufbar. Wesbrot ich ess, des Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Wesbrot ich ess, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied. Bestellen Sie die Epoch Times 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 Bestellen Sie die Epoch Times